Hallo, in seinem mit Tom Hanks verfilmten Roman Illuminati schickt Dan Brown seinen Protagonisten Professor Lenken auf eine Schnitzeljagd kreuz und quer durch oben. Mit Google Earth Studio habe ich versucht, den Weg, den Professor Lenken eingeschlagen hat, nachzuzeichnen. Mit Google Earth Studio Wie sich solche Videos planen und mit Google Earth Studio realisieren lassen, dazu mehr in der nächsten Folge. Damit du die nicht verpasst, denk an den Abonnieren-Klopf. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss.